so auch das geht ja auch noch Stahl und ein bisschen Stein Stein haben wir 6 Jahr so muss man etwas weglicken eine weitere Stilmaschine halt also hier geht heute Stahl drauf ja es ist normal mehr und mehr kann so mit so einem alten Mann wie mir nicht machen es tut mir doch leid glaube ich nicht ok Prozent so ich kann mal gerade noch was tun um meine Performance zu verbessern könnte es ja vielleicht mal Skype schließen bevor ich noch angerufen werde so also wenn wir irgendwann mal Red-Granid braucht Sachs Verscheidung ja ja mach ich mach ich ach dass unsere Kurs und Fratze so lange die Fratze drauf ist nicht hat er eigentlich mal hier in die Truhe geguckt Prozent Prozent muss man machen nun doch schick ja wir haben vorgesagt n ja ein solcher Ziel ist er wird für einmal diesen Achtfachkompressen zu bekommen doch noch noch er mich hat er ist auch ein bisschen trocken aber kommt das ist ja noch viel zu dies gespielt und da habe ich es wirklich einmal geschafft ok einmal nie wieder wo bekommt ihr den ganzen Cobblestone her? habt ihr eine Crabby laufen oder was? äh nö das haben wir richtig einfach gemacht ja weil wenn mal ihr unten loki loki macht liegt Neos Extruder ah buddy joined your channel hallo hallo crazy hallo ah er hat es geschafft doch noch kann es ja noch nachschauen ob das mein Minecraft jetzt zulässt das ist eine andere Frage wie zulässt hat er zuzulassen musst du aufnehmen ich mal und bei uns muss man einmal wieder die Cobblestone kompressen ach die sind auch noch da mhm so ich kann aber gerade ein kleines Update geben äh crazy wir haben jetzt ein von Great Tech an E-Furnace und den Extractor also Gummi können wir jetzt auch darüber laufen lassen müssen wir jetzt bei der Steam Geschichte ok ich wollte jetzt noch halt den Kompressor machen ja ja was lohnt sich dann noch Weiermüll können wir noch nicht machen brauchen wir Zink für Zink mhm ähm 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 äh ähm 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 Wien Wien Zink 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 Lock-off Zink das mhm erstande vorhin als Todesmeldung da bei mir Das ist noch gar nichts. Du warst einfach tot. Deine Items habe ich auf jeden Fall in die Truhe dargestellt. Sag mal, bin ich jetzt blind? Hast du doch Kopfer im Inventar? Street. Bitte? Hast du Kopfer im Inventar? Kupfer. Moment, warte. Ich prüfe. Und ich muss sagen... Ne. Okay. Tut mir leid. Ich habe einen Copper Chunk, wenn du den haben willst. Ah, ne. Ne, leider jetzt nicht. Aber das trage ich eigentlich normalerweise immer mit mir rum, bloß heute nicht. Okay. Da brauche ich mir gerade ein bisschen was über Terminal Expansion. Geht ja schnell. Weil ich es halt auch nochmal vor hatte, dann in der nächsten Aufnahme, wenn wir dann mit Mechanismen anfangen. Wollte auch schon mal gucken, dass wir dann die Tesserwecks mal anfangen. Ja. Ah, da ist er ja, der Crazy. Habt ihr schon gesehen? Crazy? Ja, ich sehe dich nicht. Nee? Oh, ich bin hier direkt bei der Chess. Ich bin hier direkt bei der Chess. Denken brauchen wir kann einen PING von 2000. Oh, ja, das ist ordentlich. Immer noch. Ja, Crazy, Lef. Der Crazy, Lef. Ja, gerade wieder. Man. Kann man das heute vergessen mit dir, ne? Und jetzt geht er wieder runter. Ja, dann macht er es vor, weil ich einen Flur nicht. Ne. Hab ich auch gerade gemerkt. Naja, wenn du nicht da bist, äh, wenn Trivolo nicht da ist, dann braucht er ein neues Opfer, nehmt er in dich. Ja, okay. Ach ja, ganz kurz crazy, niemals acht oder neun Eisenbahnen auf einmal in die Plate Bending Machine schmeißen, da können wir so eine Dicke. Hä? Du brauchst halt noch so ein Circuit dazu, ne? Den muss aber auch erst noch konfigurieren. Ne, ne, den haben wir ja schon konfiguriert, bloß. Äh, das hat ja auch damit nicht geklappt. Ach so. Da war ja dann nebenbei da drin. Den Circuit haben wir ja schon gemacht. Habe ich gar nicht gesehen. Hier, Fratze, okay. Bloß für einzelne Barren bringt er nichts, weil dann arbeite nicht. Und er hat dann wieder auftreten. Genial. Greg der Kalt. Ja, gut. Das ist eben so eine Hassliebe, ne? Ach, ne. Haufen Serverzocken kann er nicht, aber sofort wieder Call of Duty, ne? Ich hab's nochmal ausprobiert. Hm, Abmahnung. Ja, um seinen Ping zu testen, natürlich. Ah, der Ping ist da auch nicht besser. Ja, ja. Ah ja, jetzt brauch ich ja noch wieder mal ne Eisenplatte. Ach ja, wir müssen auf jeden Fall wieder neuen Stall machen. Ach. Jo, das hat sich ja nicht so toll angehört. Ne, nicht wirklich. Weiß ich, hörst du uns noch? Ich glaub, das waren ja ein. Oh. So. Ne, weil wir hören dich nur ein bisschen abgehackt, wenn überhaupt. Ein bisschen. Also wenn ich Teamspeak off mache, hab ich normalen Ping von 27. Ja, jetzt geht's auch. Wunderbar. Ja, kein Problem. Und wenn ich jetzt irgendwas aufmache, dann hab ich wieder einen hohen Ping. So. Ein Automatic Compressor. So, wie viele Rezepte sind da? 87. Oh. Da hab ich schon einen Rezeptfehler gefunden, oder? Ja. Aus Plutonium Ingots kriegt man einen Plutonium Block mit B. Moment. Ne, ne. Auf der ersten Seite sofort, aber hat sich erledigt. Das sind die Barren von Big Reactors, die heißen Plutonium. Sag mal, ich weiß auch nicht, welche Rezepte du angezeigt bekommst. Also ich hab hier Quazid Dust? Quazid Dust, ja. Quazid Dust und dann Blue Topper Dust. Okay. Auf der ersten Seite. Hm. Auf der ersten Seite hab ich halt dieses Plutonium und Charcoal. Wie viele Seiten hast du insgesamt? Ich hab insgesamt 87. Oh, ich auch. Ja, dann werden die wahrscheinlich so weltrum gemixt sein. Ja. Jetzt will ich mal gerade gucken, ob wir eine Metal-Former noch schaffen. Das wäre nämlich doch super. Wie viel Zeit hast du denn schon? Ah. So, 20 Minuten können wir noch machen. Okay. Für drei Coils. Oh. Wobei ich mich jetzt glaube ich verabschieden muss, weil meine bessere Hälfte ist gerade angekommen. Und ja, die wird gleich hier ins Zimmer stürmen, weil sie nicht informiert wurde, dass ich jetzt noch aufnehme. Okay. Ja, dann kommen auch heute schon die Aufnahme jetzt schon beenden. Ja, gut. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall für die Einladung bei dir, Dosh. Kein Ding. Und ja, ihr könnt auch gerne mal bei mir vorbeikommen, wenn dann endlich mal irgendwas steht. Auf jeden Fall. Ja, irgendwann reiß ich das Haus ab. Ach, wir können auch Invisible kämpfen. Also da haben wir dann... Gerne, gerne. Also Hilfe ist immer gern gesehen. Wir haben noch so ein paar Hämmer. Wie schnell und wie groß das Loch. Ne, was? Wie schnell und wie groß das Loch. Ne, ne, ne. Nix Loch. Ach, Mann. Ja, nix Och, Mann. Mann, jetzt haben wir schon so viel TNT und wissen immer noch nicht wohin. Ja, das Dach kann noch weggesprengt werden. Nein, das steht noch, das freischwebt. Boah, was sollen wir mit dem Juck machen? Was? Wir haben den Juck? Nein, nein. Wollte grad sagen. Noch nicht. Getschiedet oder was? Nein. Ja, 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 ja. So, was machen wir noch nicht? Na ja. Gut. Ähm. Ja, genau. Ja, würde ich sagen, wenn man die Folge ist, wir hier. Danke nochmal, dass du dabei warst. Ja, danke für die Einladung. Hm. Schaut euch mal beim SweetDigger vorbei. Wird sich bestimmt freuen. Und. Ja, mit Sicherheit. Juhu. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss Ciao